Und damit sind wir schon beim letzten Duell des heutigen Abends angelangt und jetzt wird es nochmal richtig heiß, aber nicht so wie Sie denken vielleicht. Ich heiße Benno, bin 45 Jahre alt, ich komme aus Hüvingen, das ist bei Dunauischingen und ich habe das SRT-Bratenblech erfunden. Benno ist nicht nur großer Fan des FC Bayern München, sondern spielt auch selber regelmäßig im Verein. Mit seinen spektakulären Flugparaden hält der Fußballtorwart regelmäßig seinen Kasten sauber. Ich habe mit sieben circa angefangen Fußball zu spielen und habe bis ich 38 war, circa in der aktiven Mannschaft Fußball gespielt. Ich habe auch einige Verletzungen erlitten, Schienbeinbruch, Bänderrisse, Nasenbruch, Fingerbruch, aber als Torwart muss man halt auch das in Kauf nehmen. Benno kommen seine händischen Fähigkeiten nicht nur beim Fußball zugute, sondern auch in der Küche. Hier zaubert er immer wieder tolle Gerichte. Als Rubikoch liebe ich es einen Braten zu machen, ob das jetzt eine Pute, eine Gans, eine Ente oder ein Schweinekrustenbraten oder Chicken Wings oder was auch immer ist. Aber all diese Bratteile sollten übergrossen werden und hier fängt das Problem an. In einem herkömmlichen Backofen lässt sich Bratensaft sehr schlecht auffangen. Wenn ich mit dem Löffel reingehe, bekomme ich fast keine Flüssigkeit, um das Brat gut zu übergießen. Und so habe ich dann geguckt, ob es irgendeine Alternative gibt und habe gegoogelt und habe nichts entsprechendes gefunden. Mit Hilfe von 3D-Zeichnungen fertigt Benno Skizzen an. Dann kommt er auf die Lösung. Um das Problem zu lösen, habe ich ein anderes Design von dem Bratenblech erfunden. Nach einem Jahr intensiver Arbeit ist die Erfindung fertig. Sein Bratenblech soll neben Deutschland auch den amerikanischen Markt erobern. Ich glaube, das SRT Bratenblech wird das Ding des Jahres, weil speziell in den USA wird es ein sehr interessantes Produkt werden. Die alleine verbraten an Thanksgiving 45 Millionen Truth-Hühner und es gibt de facto nichts Vergleichbares. Nicht auf der ganzen Welt. Der Weg in die USA führt über Köln-Mühlheim. Wir freuen uns jetzt auf Benno Kutvuk mit seinem Sohn Nils. Ich bin der Erfinder vom SRT Bratenblech. Mein Name ist Nils Kutvuk, ich bin Co-Erfinder des SRT Bratenblech. Das Bratenblech sieht folgendermaßen aus. Es hat hier einen speziell designten Lochboden. Und eine spezielle Auffangwanne, die nach vorne läuft. Hier vorgeschaltet ist ein Sieb. Und dann ist ein Auslauf hier mit einem Kunststoffknopf. Der kann man bis 280 Grad erhitzen und man kann ihn anfassen. Also wenn man 220, 230 Grad im Ofen hat, kein Problem. Es hat vier Füße und es ist komplett emailliert. Also die Qualität ist sehr hochwertig. Aber wir haben dann noch was rausgefunden bei den ersten Tests. Und das zeigt dir jetzt Nils. Genau. Und zwar, wenn man zu Hause kocht, weiß man, für eine gute Soße braucht man immer Bratensaft. Bratensaft wird in einem herkömmlichen Blech aber sehr wenig. Weil ein Großteil verdampft, geht in den Ofen, geht in die Küche. Und dann muss man meistens mit Vor nachhelfen. Kostet immer drei Euro knapp und ist mit dem SRT Bratenblech unnötig. Weil durch die besondere Form hat man um einiges weniger Oberfläche im Vergleich zum Volumen. Dadurch kann weniger verdampfen. Zusätzlich hat man eine semi-abgedeckte Fläche, wodurch noch mal weniger verdampft. Und in unseren Tests haben wir viermal mehr Bratensaft mit so einem SRT bekommen. Im Vergleich zum herkömmlichen Blech. Das sieht jetzt so aus, also dieses Schälchen drunter halten und dann ganz einfach öffnen. Das läuft schön raus. Boah. Dann wieder schließen. Und das wird wirklich nicht warm? Das kann man tatsächlich so anfassen. Das kann man ohne Probleme anfassen. Mhm. Und dann etwas rausziehen und dann kann man ganz einfach übergießen. Boah, lecker. Ja. Ja, cool. Das sieht lecker aus. Ja, nachher, nachher. Also man spart sich das rausholen, das ist ja alles heiß wie Sau und das abkippt. Und dann muss jemand kommen von der Familie, muss es festhalten und so. So geht es ganz einfach. Man kann es zehn, zwanzig mal. Easy. Ein paar Sekunden ist es erledigt. So. Und dann gibt es noch weitere Anwendungsmöglichkeiten. Eine davon zeigt euch jetzt Nils. Und zwar wäre es ja langweilig, wenn man nur herkömmliches Fleisch damit machen kann. Wir können auch 1a Fisch zubereiten, indem wir etwas Weißwein unten ins SRT Bratenblech geben. Weißwein ist heute schon in der Sendung etabliert. Ja. Dazu noch ein bisschen Gemüse. Und schlussendlich kommt dann der Fisch drauf. Und wenn man es jetzt in den Ofen stellt, verdampft eben dieses Sud unten und es gibt sogenannten aromatisierten Dampf. Und dieser aromatisierte Dampf gibt halt einfach nochmal einen zusätzlichen Geschmack zu dem Fisch, den man halt sonst eher weniger bekommt. Cool. Cool. Lena, du hast doch sicherlich einen Freund, oder? Wenn du dem diesen Braten machst auf dem SRT, den wirst du nie mehr los. Also ich habe meinen Backofen noch nie benutzt. Aber mit dem Ding würde ich jetzt probieren. Jetzt freuen wir uns auf eure Fragen. Gott sei Dank hast du das jetzt gesagt. Weil ich die ganze Zeit denke ich so, wann dürfen wir alle probieren? Kommt gerne nach vorne. Mal schauen, was ihr macht hier. Ich bin sicher, das ist genau das Richtige für Rewe. Moin. Ich sehe sie schon, als Mitarbeiter des Jahres. Ein Jahr Sonderurlaub, weil sie das eingekauft haben. Ja, unbedingt. Ist das jetzt schwer zu reinigen, weil das ganze Bratenfett da drin ist? Das geht ganz einfach, also auf 9 Uhr und dann kommen wir so ab. Ach so. Und hier ist ein Silikonring, damit es dicht ist und so. Aus welchem Material ist das denn drin? Aus welchem Material ist das denn drin? Aus diesem Material, wo man diese Kurchliffel hat. Also bis zu 280 Grad gibt es die Beständigung und Lebensmittel. Es wird schon warm, aber ganz kalt ist es nicht. Aber kurz kann man es anfassen. Man kann es Jürgen, wenn ich heiß anfassen kann, der kann auch nicht heiß lieben. Ja. Oh. Ich fiss auf. Sagt der Mann mit den Magic Hands. Ja, zum Marktstart vielleicht noch. Also es wird im Moment produziert, in Serie. Und der Preis, wollen Sie sicher auch wissen. Ja. VB 69. Aber natürlich wird es für die Händler runtergehen, klar. Wir sind auch bald, sehr bald im Teleshopping zu sehen. Also ich zumindest live. Aha. Wirklich? Ja genau. Wow. Jetzt kriegt ihr noch ein Stückchen. Wir haben gesagt, ihr habt Hunger. Keine Ahnung, wieso. Es riecht so gut. Einfach auf die Hand. Sie riecht echt gut. Wir haben sogar Teller. Toll. Sehr vorbereitet. Das finde ich gut. Super. Wie lange lag der denn da jetzt schon drin? Ja. Super. Aber ein niedriger Verfahren. Ja, super. Super. Mit Liebe draufgelegt. Liebe ertränkt. So, das dürft ihr euch jetzt mitnehmen an euren Platz. Vielen Dank. Ich bin sehr neidisch, ehrlich gesagt. Alles gut. Ich bin nicht hungrig. Ne? Ja, klar. Nehmt ihr es mit. Ne, nimm es mit vorne. Ja. Und Brot. Wir kicksen einmal rein und dann lassen wir es hier. Wirklich. So, ihr Lieben. Benno und Nils. Vielen Dank an euch. Nehmt Platz. Ich muss auch probieren kurz. Aber gut. Benno und Nils. Nehmt doch Platz. Wirklicher Moskowitz!